Medal of Honor Da ist noch ein bisschen laut Aber das hört sich ja schon gut an Und wir spielen hier Medal of Honor Den Multiplayer Ich hab gestern schon ganz bisschen gezockt Server Browser Was gibt's denn da so schönes Team Sturmlauf Keine Ahnung einfach mal beitreten Ja gestern schon bisschen gezockt Und irgendwie wirkt Mittel auf vorne Ich hab's mir jetzt übrigens geholt Nach mal ein bisschen längere Überlegung Schmutz auf meinem Bildschirm Jetzt hab ich's verschmiert So Aha Jedenfalls Ich glaub das ist noch ein bisschen laut Ich bin mir nicht sicher Also das Spiel an sich Macht ziemlich viel Spaß Aber von der ganzen Bedienung her Wirkt das mehr wie so ein Free to Play Spiel Oder ein Spiel in der Beta Phase Okay es ist ja angeblich irgendwie noch in der Beta Phase Und EA hat aufgehört weiterzuentwickeln Allgemein Das Spiel hätte richtig Potenzial Wenn man's ein bisschen weiterentwickelt hätte Aber Irgendwie kam da ja nichts mehr Ziemlich ziemlich schade Ich hab's mir jetzt durch ein Bisschen älteres Humble beim Bild Letzt mal geholt Und jetzt mal runtergeladen Und übrigens ihr könnt euch auf mehr Videos freuen Weil erstens ist jetzt so die anfängliche Schulzeit vorbei Und zweitens Kommt dazu noch Dass ich eine neue Internetleitung hab Das waren keine 16k mehr Sondern Eine 50k Leitung Mit anderen Worten Video Wofür ich früher 160 Minuten gebraucht hab Das lade ich jetzt in weniger als 20 Minuten hoch Und Früher war das so Wo ich hochgeladen habe War unser Internet ausgelastet YouTube hat gelaggt Multiplayer zocken konnte ich derzeit sowieso nicht Jetzt kann ich ein Video hochladen Trotzdem noch Multiplayer zocken Und das hochladen geht auch extrem schnell Das heißt ich muss nicht mehr Über Nacht das Video hochladen Und Wenn ich über Nacht meine Ruhe haben möchte Weil am nächsten Tag stressiger Tag ist Durch Arbeit oder so Dann lass ich auch nicht meinen PC an Und so Das ist jetzt alles vorbei Das heißt ich kann mal eben sagen Ich geh mal auf Toilette Oder ich geh mal essen Ich lade in der Zeit das Video hoch Oder Auch einfach so das Video im Hintergrund hochladen Denn wenn ich das Video hochlade Kann ich trotzdem immer noch problemlosen Multiplayer zocken Was ja früher alles nicht möglich war Und Ich war noch am reden Und ja Wobei ich hab das Gefühl Das Server leckt ein bisschen Aua Aua Man Ich glaub aber Das ist noch Nein Äh Wo ist denn Basisabsätzen Einstellungen Audio Ah Runde vorbei Na super Irgendwie hat bis jetzt immer mein Team verloren Okay Ich war jetzt auch nur ganz kurz drin Das Spiel an sich sieht ziemlich geil aus Ähm Die Charaktere an sich Man sieht jetzt hier in den Gesichtern Ähm Ja Die lasst man jetzt mal da raus Aber von der ganzen Aufmachung her So was man beim Spiel sieht Ziemlich geil Juhu Ich hab wieder irgendwas Keine Ahnung Beitreten So Ähm Welche nehme ich dann da Wach kann ich am besten mit den Special Ops Klar Achja und es ist sehr viel zerstörbar Wow Ich merke nur das leckt ein bisschen Mein PC ist ja auch nicht mehr der beste Ich hab's ein bisschen übertrieben Ähm Ähm Reicht das? 4 Bravo sicher Verdammt Der hat mir Ja boah Mit dem Raketen Wer von Ich hab den nicht einmal erwischt Oder was Scharfschütze bringt nichts Weil der hat ein Rotpunkt Visier Hm Nehmen wir doch den Töte sie Oh lord Mörserangriff Mann Irgendwie ist hier grad ziemlich Spawn gekämpft Hab ich das Gefühl Boah Boah Ich spawn perfekt Ich spawn perfekt Boah Boah Wie gesagt teilweise Übrigens Wie gesagt teilweise Übrigens hier guck mal ob das maugt Geht das hier? Ne das geht hier nicht Teilweise kann man die Wände einschießen oder alles mögliche Also so ist das schon ziemlich geil Boah Boah Ich $3 Und Scherrie Ich bin wieder Ich habe schon Aber ich kann mich Ich würde mich Und ich kann mich Und ich kann mich Ich kann mich die 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Boah, wie legt man sich denn in dem Scheißspiel hin? Man kann jetzt auch hier seine Einstellungen nicht anpassen, das ist auch zu genial. Immer wieder Scharfschütze. Wow, 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 wow. So, einmal Einstellungen, Steuerung, Renate, Nahkampf ist V, lege ich mir jetzt mal um auf E. So, ja, super, ich bin tot. Und ducken, soll wieder auf X, es gibt kein Hinlegen, auch mal geil. Man kann sich nicht hinlegen, auch sehr schön. Like, COD, boah, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich das noch ein bisschen flüssiger hin. Und die Grafik, Schattenqualität kann auch mittel. Das kann auch mal zwei. Ah, jetzt habe ich meine 30 Frames. Boah. Boah. Das waren mir ein paar zu viel und das schoss mir zu langsam. Der müsste doch genau getroffen haben, der Schuss. Ich werde den... Seriously? Wie mache ich denn jetzt den Mörser-Schlag? Ende. Boah, mein Team ist schlecht. Naja. Okay. Ich glaube, keiner hat sich auch wirklich bei uns auf Flanken konzentriert. Und wir wurden gespawnt-camped. Die Leute sind scheiße. Ich mag die nicht mehr. 7, 10, ey. Heilige Scheiße. Eine Runde geht noch, oder? Eine geht noch. Danach zocke ich, glaube ich, mal eine Runde Battlefield, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ich würde irgendwie mal gucken. Problemas? Was? Wow. Das ging schnell. Teilweise habe ich das Gefühl, die machen Waffenanpassungen. Ich kann jetzt hier auch noch nichts. Extra Magazin. Okay. Genau, bis Extra Magazin. hết das zu sehen. Oh! Stirb. Wow, schulden wir. Okay. Aua. Oh, von wo? Bop, 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 bop. Ich muss mal ganz kurz ne Pause machen. So, da bin ich wieder. Hat der mich erschrocken Scheiße Die haben immer glaube ich schon bessere Waffen als ich Gegen die Stromleitung Man die haben schon alles so geile Scharfschätzengewehre Ficken Wollte ich euch mal was demonstrieren Da, da, kaputsch Wollt 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 den Scheiß jetzt hier mal gewinnen Wollt 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 Was ist das? 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 Man Fickt euch Ich brauch ein größeres Magazin Oh Gott, das war ein Feind Man Wie viel Damage machen die mit ihren scheiß Waffen Das ist der Hammer Wow, super Spawn Übrigens ist das der Server, der so laggt Meine FPS sind flüssig gerade Boah Alter, leck das gerade Momento, kurze Pause So, da bin ich wieder So, da bin ich wieder Ich hab geguckt, ob das an meinen Grafikeinstellungen liegen könnte Und Ja Scheint nicht dran zu liegen Aber wir haben ihn verloren Scheiße Scheiße Sollte es hier nicht in dem Spiel auch irgendwie so ein geniales Squatsystem geben, mach egal Ich werd daraus noch nicht schlau Na gut, und jetzt kommt das Witzigste dabei Ich hab irgendwie überall so ein bisschen Punkte bekommen Ich kann jetzt nicht verlassen Also ich kann jetzt hier Escape drücken, es passiert nichts Ich muss jetzt erst neu beitreten und denn, wenn ich ingame bin, jetzt kann ich erst verlassen Auch ziemlich blöd gemacht, find ich aber egal Das Spiel an sich macht Spaß Gestern hatte ich, äh, gut Ne Serie, also Ging es ziemlich gut von der Hand Und, ja Ich sag dann erstmal Tschüss und auf Wiedersehen Und vielleicht sehen wir uns ja in der Karriere Ich bin mal gespannt, ob ich da Lust drauf hab Aber erstmal tschüss, bis zum nächsten Video